Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Microsoft Azure Administrator Associate. Wir haben uns in der letzten Folge über das Thema Azure DNS unterhalten. Und das Thema wird uns auch in dieser Session nochmals beschäftigen. Aber wir werden dieses Mal eine DNS-Zone mit der PowerShell erstellen. Lassen Sie uns gleich beginnen. Zuerst einmal brauchen wir ein PowerShell-Skript. Wir verwenden nicht das Azure Portal, sondern wir brauchen ein PowerShell-Skript. Und wie Sie vielleicht bereits richtig geraten haben, ich habe ein PowerShell-Skript vorbereitet. Lassen Sie uns gleich beginnen. Zuerst einmal die Linien 1 und 2 räumen den blauen Bildschirm unten etwas auf, damit wir mehr Platz haben. Damit Sie die Konfiguration starten können, brauchen Sie die notwendigen Commandlets. Diese sind enthalten im Modul mit dem Namen AZ. Dieses Modul ist ein sogenanntes Metamodul. Das heisst, in diesem Modul gibt es weitere Module, die enthalten sind, damit Sie alle Commandlets schlussendlich auf Ihrem System einsetzen können. Lange Räder, kurzer Sinn, setzen Sie den Cursor auf die Zeile 4, führen Sie diese aus. Dann haben Sie die notwendigen Commandlets, die Sie brauchen, um die Konfiguration durchzuführen. Als nächstes müssen Sie eine Verbindung aufbauen zum Azure Portal. Connect AC Account hilft Ihnen dabei. Wir prüfen einmal, ob ich eine aktive Verbindung habe zum Azure Portal mit Get AC Context. Dann weiss ich auch sofort, mit welcher Subscription ich arbeite. Aha, es ist die Subscription Visual Studio Enterprise Abonnement. Mit der Subscription möchte ich nicht arbeiten. Welche Subscriptions gibt es denn noch in meinem Portal? Dazu liefert uns Get AC Subscription die Antwort. Das Commandlet ist markiert. Führe dieses aus. Und jetzt sehe ich eine Liste von verschiedenen Subscriptions. MSN Platforms. Genau mit der möchte ich arbeiten. Damit wir nun den Wechsel machen können, verwenden wir Get AC Subscription, Minus Subscription Name, MSN Platforms. Wir lenken das Resultat um mit dem Pipe-Symbol in Select AC Subscription. Somit setzen wir den Fokus auf die Subscription MSN Platforms. Und das ist nun getan. Wir prüfen das mit Get AC Context. Müssten wir eigentlich jetzt nicht mehr aufrufen, weil wir haben ja unten die Bestätigung im blauen Bildschirm. Nichtsdestotrotz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir rufen die Zeile 11 auf und wir sehen in der Tat, wir arbeiten mit der Subscription MSN Platforms. Nun erstellen wir eine neue Ressourcengruppe mit New AC Resource Group. Der Name ist My Resource Group, die Location ist West Europe. Der Cursor blinkt auf der Zeile 14, führe diese aus und die Ressourcengruppe ist da. Jetzt erstellen wir eine neue DNS Zone mit New AC DNS Zone. Der Name ist tomwechsler.xyz, kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, haben wir in der letzten Session schon verwendet. Wir geben die Ressourcengruppe an, My Resource Group. Der Cursor blinkt auf der Zeile 17, führe diese aus und es wird eine neue DNS Zone erstellt. Das ist bereits abgeschlossen. Wir sehen übrigens unten im blauen Bildschirm steht Zone Type Public. Es ist eine öffentliche Zone und wir sehen auch hier die Name Service, die werden aufgelistet. Selbstverständlich kann ich nun ebenfalls auch Einträge erstellen, sogenannte DNS Records. Mit New AC DNS Records Set, der Name ist www, der Rekordtype ist ein A, also ein A-Rekord, Minus Zone Name ist tomwechsler.xyz, wir geben die Ressourcengruppe an, My Resource Group, wir geben das TTL an, 3600, dann Minus DNS Records, dann übergeben wir mit New AC DNS Record Config die IPv4-Adresse 10.10.10.10, eine fiktive private IP-Adresse. Okay, setzen wir den Cursor auf die Zeile 20, führen diese aus und jetzt wird dieser Eintrag erstellt. Und wir sehen Provisioning State succeeded. Genau so soll es sein. Selbstverständlich können wir unsere Records aufliessen mit get.acdns-record-set. Der Zonenname ist tomwechsler.xyz. Wir geben die Ressourcengruppe mit, der Name ist My Resource Group. Der Cursor blinkt auf der Zeile 23, führe diese aus und jetzt erhalten wir die entsprechenden Informationen. Wir sehen Provisioning State succeeded, wir sehen Records, wir sehen den Record Type, es ist ein A-Record Type und wir sehen den Namen ist www, wir sehen die Subscription-ID, sämtliche Informationen, auch beispielsweise Informationen zum SOA-Eintrag, das ist der State of Authority. Alle Informationen werden hier aufgelassen. Da haben wir den NS-Eintrag, das sind die Nameserver und wir sehen die verschiedenen Nameserver, die zuständig sind für unsere Domäne bzw. für unsere DNS-Zone. Wir können jetzt selbstverständlich auch die Nameservers aufrufen mit get.acdns-record-set. Wir geben die Zone an, tomwechsler.xyz. Wir geben die Ressourcengruppe an und wir suchen explizit den Record Type NS. NS steht für Nameserver. Der Cursor blinkt auf der Zeile 26, führe diese aus und jetzt erhalten wir die Einträge. Wir sehen hier die Nameserver, welche zuständig sind für diese explizite Zone. Und wir sehen beispielsweise ns1-03.azure-dns.com. Den habe ich hier eingetragen. Jetzt verwenden wir das NS-Lookup-Tool, um zu verifizieren, ob www.tomwechsler.xyz aufgelöst werden kann. Wir erinnern uns, wir haben einen Rekordeintrag erstellt für www. Also müsste nun diese Auflösung erfolgreich sein. Der Cursor blinkt auf der Zeile 29, führe diese aus und voilà, in der Tat, wir sehen www.tomwechsler.xyz. Dieser FQDN, Fully Qualified Domain Name, wird aufgelöst in die IP-Adresse 10.10.10.10, genauso wie wir den Eintrag erstellt haben. Vergessen Sie nicht am Schluss, wenn Sie diese Ressourcengruppe nicht mehr brauchen, dass Sie diese wieder entfernen, damit keine unnötigen Kosten entstehen. Und wenn Sie sich jetzt gefragt haben, muss ich das alles abtippen? Nein, selbstverständlich nicht. Ich werde Ihnen auch dieses PowerShell-Skript zur Verfügung stellen, und zwar auf GitHub. Navigieren Sie zu github.com. Dann verwenden Sie direkt hinter dem com den Slash, geben ein Tom Wechsler. Anschliessend werden Sie direkt auf die entsprechende Seite geleitet. Wir sehen hier die Seite. Dann navigieren Sie zu den Repositories. und ich werde Ihnen dieses PowerShell-Skript im Repository zur Verfügung stellen mit dem Namen Azure Underline Administrator Associate. Wie bereits erwähnt, darin finden Sie das PowerShell-Skript, welches wir eben in dieser Session verwendet haben.